Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Burst Limit. So, Gohan's verborgenen Stärke. Zuerst kommen wir zum Training von Super-Seite und Gohan und Goku. Die ja auch gerade im Raum von Gast und Zeit ja trainieren. Ich darf nachher mit dem Perfekt Cell Cup spielen. Okay, Gohan. Let's sparren, bevor wir das Training enden. Genau, Dad. Okay. Oh. Was hat da ein Geheiz? Ui, die Super-Kamera-Mamark, glaube ich. Ne, Super-Masengo. Gab's da nicht mal diese Seite-Attacke? Ne, die gibt's hier. Ah doch, da war sie gerade. Ach, Goku. Du kannst es einen auch nie leicht machen, gell? Wow. Shit. Der muckt ja richtig. Wow. Hätte ich gar nicht gedacht. Das ist das Problem an Massenko. Das kannst du nicht gegen einen anderen Streit benutzen. Das war aber gar nicht so. Sondern im Anime merkt man, dass so ein Gohan sich ganz kurz, wenn es nur eine Millisekunde ist, nämlich in den zweifachen Super-Sidechirm verwendet hat. Dadurch hat Goku das Potenzial von Gohan ja dann erst gemerkt. Oh, ich darf jetzt mit Perfekt Cell spielen. Was konnte denn der nochmal? Kamera-MH natürlich. Und Grip-Barriere. Und Super-Kammer-MH auch. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Barriere. Und Super-Kammer-MH. Ja, genau so, wie ich es mir dachte. Aber ich mag die Ulti bei Budokai. Da hat er nämlich die Gengi-Dahua. Und ich finde es am geilsten, wenn er die macht. Komm mal, stupide Erde. Gib mir deine stupide Energie. Das mag ich. Final Flash. Ich setze das auch ein, ist die Frage. Alter. Muck nicht, Vegeta. Jetzt habe ich ihm nochmal ne Ulti in die Fresse gegeben. Tut mir leid. Aber du hast es provoziert. Jetzt machen wir dem allen ein Ende. Dass wir auf Trunks wechseln können. Ja, 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 ja. He he he, du bist wirklich etwas. Irgendwann bist du noch immer wieder. Aber keine Angst, ich werde jetzt deine Suffern enden, Vegeta. Ich werde dich selbst töten! So, machen wir weiter. Trunks gegen Cell und ich darf wieder mit Cell spielen. Rein theoretisch, ich glaube, es kommen jetzt nur noch drei Kämpfe, ich glaube, wenn Cell Juniors übersprungen wird. Um... Los geht's! Ich werde dir zeigen, mein wahrer Macht! Ähm, nämlich... Es müsste jetzt eigentlich Ding kommen. Nach dem Kampf müsste Goku gegen Cell kommen. Und dann... Und dann müsste, wenn Cell Juniors nicht da ist, müsste eigentlich dann Super Saiyajin Gohan kommen. Gegen Cell und dann noch zweifache Super Saiyajin Gohan. Und dann müsste, wenn Cell Juniors nicht da ist, müsste eigentlich dann Super Saiyajin Gohan kommen. Wobei, kann ja noch ein Kampf kommen mit Super Cell. Nein! Nein! Die andere Seite! Rein theoretisch. Die andere Seite! Gut, geh! Ach, Drunks war es doch gar keine Chance, das ist noch nicht gecheckt. Da langweilt mich Drunks eigentlich ehrlich gesagt gerade nur. Naja. Hab auch nie viel erwartet. Ich weiß nicht, dass ich möglicherweise nicht gewinnen kann. Möge mich. Was ist Goku? Warum ist er hier? Goku ist schwer zu trainieren. So kann er dich verraten. Er kommt zum nächsten Mal. Wenn du Gokus möchtest, keine Angst. Er kommt. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich glaube, ich werde ein Tournament. T-Tournament? Oh ja. Das ist es. Das ist die Sache! W-W-WHAA? Es wird ein guter Weg zu töten. Hehehe. Piccolo gegen Piccolo Ach, das Training kommt jetzt auch noch Man hätte so viele Charaktere reinmachen können Und andere Kämpfe dazu führen können Beispielsweise Chiaosu ist doch schon das Design da Hätte man doch mindestens den gegen Nappa mal reinmachen können Anstatt immer diese wiederholten Kämpfe Egal, scheiß drauf Piccolo gegen Piccolo Auch wenn ich Piccolo jetzt nicht mehr brauchen werde Ich kenne wir eigentlich sowieso so Jetzt nur noch mit Goku, Gohan Bartok und Brawley Ich glaube mehr nicht Sehr viel Dialog Und dann sind sie auch noch zu faul gewesen Einfach das Das Kostüm mit dem Umhang zu machen Als zweite Variante für ein Kostüm Okay Das bist du selbst, Digga Ach, Piccolo Ach, der ist aber schon verwandelt Das ist immer funktioniert mit Nate Spam halt noch weiter die Attacke Das juckt mich kein Stück Okay, Piccolo. Du nervst mich. Na, dammit. Piccolo, fick dich doch ins Knie, fick dich doch ins Knie, fick dich doch ins Knie. Ja. Ach man, nervt er mich. Das bleibt ja jetzt nur noch. Mach einen Abgang, Piccolo, du nervst mich. Oh, ganz schlecht. Aber das ist nicht schlimm. Hier gibt es ja leider keine Trophys. So, so ein Kuckuck, was ist das? Kommen wir eigentlich mal zu einem Kampfhörerhof, wie ich mich freue. Ist ja aber, glaube ich, einer der bestanimierten Kämpfe überhaupt von Dragon Ball. So, at long last, your perfect form. You're going to go first. And here I was, hoping to save the best for last. I think you've warmed up enough. Wir haben ja jetzt auch das Teleportkamera hier drauf. Shit. Ich habe es jetzt nur eingesetzt, weil ich es euch unbedingt mal zeigen wollte. Das mache ich nämlich wie immer. Das gibt es doch nicht. Jetzt aber. Oh, komm. Da hat mich echt geblockt, die Drecksau. Kamehameha, Kamehameha. Ich habe heute sehr oft Kamehameha gemacht mit Goku. Muss ich mal schon zugeben. Ich habe heute sehr oft Kamehameha. Ich habe heute sehr oft Kamehameha. Du solltest du sein, Kamehameha. Wir werden uns das Spachtakulärm vergleichen. Ich verabschiede. Was? Ich schraue die Taue. Ich glaube, dass ich so stark sind. Und ich habe genug für heute. Komm, du wirklich schraubst. Es ist dein Tag, jetzt. Gohan. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Du willst mich kämpfen? Du musst dich glücklich sein. Ich werde dir die wahrheitliche Liebe von Angst bevor du sterben. Okay. Oh, Han, Muck nicht. Solange du nicht der Zweifache bist, bist du nämlich keine Herausforderung. Dürr! Hast du genug gehabt? Es ist kein Punkt in dieser Kampf. Ist das alles, was du hast? Das ist, was ich noch nie geblickt habe. Wie soll der Computer angibt? Ich meine, okay, bei so Leuten wie Raditz ist das als Gag ja gut, weil Raditz ist total überheblich. Aber ansonsten... So ein Gohan der Spiders war ja erst überheblich, wenn er sich in Zweifachen verwandelt. Jetzt eigentlich noch gar nicht. Eigentlich ist er jetzt gerade noch so der Typ, der eigentlich gar nicht kämpfen will. Oh, ganz schön gut geblockt. Oh, ganz schön gut geblockt. Na. Das war's für so ein Gohan. Jetzt bin ich gespannt, gab's diese Junos in dem Spiel? Nein. Wie ? Wieso? Wie fühlt sich das? Wieso? Du willst so sterben? Du kannst nie sterben, so sein Ding, wie du? Du bist so krank. Поibliweise, dein Schmack selbst ist nicht genug Motivation für dich. Also, warum nehmen wir es mit deinen Freunden? Ja. Genauso wie ich es mir dachte. Ser Junior gab es hier nicht. Das heißt, es ist nur noch dieser Kampf und der nächste und dann ist die Selsage beendet. Ich glaube, der nächste Kampf ist der schwerste von allen. G-Gohan. Use your anger to free your spirit. I know how you feel, but this is not the time to hold back. Please, the animals. Pro-Protect them. I beg of you. Stay out of this, you worthless pile of junk. Hm? Hm? So. I will never forgive you. So. Aua. Halt die Klappisse. Ach, jetzt geht Daniel in den Modus. Shit. Oh! Das hat echt noch aufgeprallt. Warte ich mal. Duse, Alter. So. So. Aha. Vielleicht kann ich die Ulti auf ihm machen. Komm. Halt die Klappe sehr. Ja man, jetzt. zu schiften. Dieser ist ja wieder getroffen. Hier ist es getroffen. Hier ist der Tumpe. Der Tumpe. Hier ist der Tumpe. Das ist der Tumpe. Und die Tumpe. Und am Tumpe. Die Tumpe. Und am Tumpe. Und am Tumpe ist die Tumpe. Okay. Tschüss, Sir. So viel zumindest um Sir. Jetzt kommt aber der Richtige noch. Ich werde dich holen. Ich werde dich holen, Brüder! Das selbe ist in Vegeta. Och fuck, echt, da gab es noch einen Kampf. Ich dachte, der nächste wird jetzt der letzte Kampf. Na egal, nicht so schlimm. Wieder sehr viel Dialog. Oh man, die Attacke ist einfach so krass. Ach, Todesstall hat er jetzt drauf. Okay. Shit. Da hat er mir das Super Kammer gleich mal direkt zurückgegeben. Mit seinem feinen Flash. Nicht schlecht, wie geht er? Und tschüss. Na verdammt, der hat es echt noch überlebt. Das geht. Bisch. Dumm. Oh, oh, scheiße. Wie geht das so klein, dass ich ihn nicht mehr treffe mit dem Totenstra. Nein. Die, Vegeta. Okay. Jetzt kommen wir aber wirklich zum letzten Kampf. Vater und Sohn kam einmal, ja. Da haben wir die Sellsaga nämlich dann auch beendet. Dann kommt noch das kleine Bardock-Special und noch das Burly-Special. Da bin ich mal gespannt. Die, Vegeta. Die, Vegeta. Die, Vegeta. Die, 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 die. Das war's für mich. Die, die, die. 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 Die, die ich nicht mehr als ich hatte. so aha ein paar das hunker hat er gar nicht drauf ist nun mal so bekam ja ja stimmt das ist ja überhaupt kann man ja jetzt ach komm Ich liebe es, wenn sich Sachen wiederholen. Oh, das müsste reichen. Ach, das reicht nicht. Wieso zieht das so wenig ab? Weil der Modus ist. Ach ja, und weil du die Hilfe ja noch aktiviert hast. Scheiße. Egal, geschafft. Jetzt fliegt er wieder runter. Boom. Tschüss. 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 Es ist nicht so gut, der Mann ist total verletzt. Jetzt ist es Zeit, um es zu Ende. Komm schon! Puck deine Grenzen! Hör mir an, Kohan! Du hast noch nicht all deine Kraft benutzt! Geh es! Komm schon! Verwalt! Nein! 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 Geh es! Geh es! Geh es! Geh es! Geh es! Du hast es geschafft, Gohan! Du hast es geschafft, Gohan! Ja, also auf jeden Fall erstmal nur noch die Bardock-Saga, die machen wir jetzt dann auch gleich und dann im nächsten Part machen wir noch, und im Part danach machen wir noch die Broly-Saga. Egal, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss!